Herzlich willkommen! Die Maschinenfahrtnächtige, die die fliegt müde. 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 Und mit einer 6L. Sehen wir jetzt eine 6-0. Mit der 6L passt er die alte Strangschmesszeit, die in Ordnung schon auf den Boden geschossen ist. Dacial der ужmein und es auch sagen, gut, aber es ist nicht so gut. Man hat sich selbstverständlich Zeit und in Ordnung haben wir von Freestation in der Stage-Line-Floch. Und jetzt aufgepasst auf den Schweden vom Thieb. Wir haben jetzt die Volleyfeier. Wir haben zuerst eine 6.1 gefahren, dann haben wir eine 6.0 gefahren. Und zwar eine 6.01 auf 367 kmh. Peter Svensson vom Thieb. Die Show Compressor. Und hier sind das weiß ich nicht genau. Die 6.01 heute war das schonmal der 8. Der Schussmann mit der Schussmann-Floch. Die 2.01 die Svensson vom Thieb. Und hier ist ein Schussmann-Floch. Die 7.01 für die Svensson Giovanna. Das ist eine Nächste. Wer denn die 1.01? Vielen Dank für den Applaus für die Fünftenabteilung!